Dieser Ford S Max steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem silbernen 5 Thüringen Wind Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe, und noch vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Diesel überträgt eine Leistung von 179 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 41.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.